Das ist so... Was ist denn los? Ich verlasse dich. Und jetzt für immer. Du verletzt mich. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt müssen wir doch die Dusche zu haben. Was darf ich denn? Ähm, um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen im Stress. Stress? Ja, ich, ich muss, ähm, noch... mit Sherry müssen Frühstück machen und dann, ähm... Ja, sonst sind Zeit, dass sie... Ähm, Kass, ich kann nicht, ich schaff's nicht zeitlich. Wir holen das nach, okay? Wir, wir verschieben das einfach. Okay? Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich es noch mit Kasper unter einem Dach aus halte. Ich kann kaum schlafen und er widert mich so an. Aber ich muss jetzt stark bleiben. Für Sherry. Ja. Okay. Ja, denke mal, eine halbe Stunde ist schon dauernd, dann komm ich vorbei. Ja. Danke. Tschüss, du Störer. Äh, äh, wo kommst du vorbei? Wer war das gerade? Das ist Krankenhäuser, ich muss wieder einspringen. Kasper, die Therapie startet heute, die findet gleich statt. Das hab ich total vergessen. Ich wusste, du nimmst das Thema nicht ernst. Na, natürlich nehm... Na, Schatz, natürlich nehm ich das ernst. Natürlich nehm ich das ernst. Natürlich nehm ich das ernst. Hey, ich... Baby, das ist mir wichtig. Ich will, dass das mit uns funktioniert. Dass du wieder so eine richtig perfekte Familie sein kannst. Ja. Wirklich? Ich auch. Mhm. Ich wollte die Kleine jetzt eigentlich wecken und dann noch mit ihr frühstücken. Aber ich glaub, ich schaff's nicht. Ich muss in den Laden und vielleicht kannst du das irgendwie übernehmen. Aber ich hab alles fertig genommen. Nee, 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 nee. Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich an die Kleine, alles wird gut. Okay. Na, du einfach einen schönen Tag und dann spann dich. Ähm, ich hab ne Überraschung verdammt. Hm. Anni, es hat die Kleine, das heißt wir. Zweite, ein bisschen Qualität. Mhm. Ich kotze gleich. Ich muss mir für heute Abend irgendeine Ausrede einfallen lassen. Auf gar keinen Fall werde ich je wieder Sex mit Kaspar haben. Ich bleibe nur für Schrien. Ich weiß nicht, ob er dich wirklich glücklich macht. Oh, sorry, dass ich mich einmische, aber du bist ihre beste Freundin. Oder vielleicht solltest du auf sie hören, wenn es da wirklich nach Bedenken gibt. Dann solltest du diesen Mann nicht heiraten. Ich kenn das, manchmal ist man so verliebt, da sieht man das alles nicht. Und dann denkt man, das ist das... Also es geht nur um den Schleier. Es geht nicht um den Mann. Nein, es geht nur um den Mann. Ob der Schleier der Richtige ist. Oh, das war ein Missverständnis hier gerade. Es sieht wunderschön aus. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben auch noch ganz viele andere Schleier mit Spitze. Leonie, du kannst gerne kurz Pause machen, dann übernehme ich ihr. Mhm. Genau. Kurz raus. Okay. Klar, alles gut. Ich hab noch welche mit Spitze und kürzere. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, so... Ja, ist alles okay? Ja, alles gut. Ich brauch nur ganz was frische Luft. Tiffany, was ist los? Hat Caspar dir wieder irgendwas angetan? Hat er dich angegriffen? Nein. Wirklich, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen soll. Diese Berührung. Dann schleicht er sich von hinten an mich an und ich... Oh Gott, ist es verdammt schwer, mit ihm zusammenzunehmen, diese Beziehung vorzutäuschen, diese Berührung zu ertragen. Ich hab so einen Ekel in mir. Ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken. Ich hab dir am Anfang angesagt, dass es eine schlechte Idee ist. Du musst das nicht mitmachen. Bitte pack deine Sachen, komm zu uns in die wir gehen. Ich weiß... Hey, ich werd das auch am liebsten sofort machen. Okay, ich werd am liebsten sofort zu euch gehen, aber ich kann nicht. Ich hör jetzt auf zu heulen und ich bin stark für Shirin. Ich lass sie da nicht im Stich. Mann, Haku, dieser Typ ist unberechenbar. Kasper hat sich überhaupt nicht mehr im Griff. Und wenn er ein Ventil für seine scheiß Aggression braucht, dann soll er das an mir auslassen. Dann soll er mich schlagen, keine Ahnung, soll er machen, was er will. Was hältst du da? Stopp, du musst auch auf dich aufpassen. Wie lange wirst du das noch mitmachen? So lange, bis es sich bessert. Ich werde das Schrien sonst nicht alleine lassen. Ich werde so lange bei ihm bleiben, bis es in Therapie ansteht, bis ich irgendwie eine Verbesserung spüre. Ich... Sorry, ich wegen ihm... Das Problem ist nur, dass ich mir nicht mal sicher sein kann, dass er wirklich diese Therapie macht. Ich hab ein total komisches Gefühl. Warum? Wieso? Meinst du das? Heute Morgen kam so ein Anruf vom Krankenhaus, dass er unbedingt einspringen soll. Und dann hat er zwar abgesagt am Telefon, aber ich glaub ihm kein Wort. Der hat nicht abgesagt. Er wird einfach ins Krankenhaus gehen, nochmal arbeiten und auf die Therapie scheißen. Nein. Ich würde den ganzen Tag hinterher spionieren und zu wissen, ob er diese scheiß Therapie endlich macht. Juni, dann mach das doch wirklich, das ist so wichtig. Kaspar, der braucht Hilfe. Wie soll er sonst irgendwie gesund werden? Und vor allem für die kleinen Schirin. Wenn die jemals irgendwie eine intakte Familie haben sollen, dann brauchen wir die Hilfe. Ich weiß, es wird alles gut. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt... Ja, mach ruhig. Ich packe und ich komm alleine, klar. Und kümmer dich drum. Danke. Nicht heulen jetzt, okay? Ich krieg das nicht. Ja, ich muss es. Das ist wirklich. Ruf an. Okay, ciao. Ruf an. Ruf an. Ruf an. Ruf an. Oh nein. Arbeitet der heute im Krankenhaus? Wir sind doch die Freundin. Ja, genau. Wir kennen uns dann schon sehen. Ja, okay. Den hab ich vorhin gesehen. Er muss für seinen Kollegen einspringen. Ah, okay. Er ist einspringen. Ja, ja. Okay. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. Paco, ich steh gerade vorm Krankenhaus, hab eine Krankenschwester gefragt und Kaspar arbeitet. Das heißt, er ist nicht zur Therapie gegangen. Ich bin so wütend schon wieder. Man, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Kasper Weingart. Äh, ja, ich wollte mich entschuldigen, dass ich den Termin nicht wahrnehmen kann heute. Nö, 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 ich brauch keinen Auswechtermin, alles gut. Ja, nee, das war ein Missverständnis. Ich hab eigentlich gar kein Problem. Ach so, ja, das war meine übervorsorgliche Freundin. Okay. Was soll der Scheiß? Wir hatten eine Abmachung, Kasper. Lauerst du mir jetzt auf und spielen das Modell? Ist ja offensichtlich notwendig, oder? Weil du mich verarschst, Kasper. Du sollst zur Therapie gehen und dich ändern, das hast du mir versprochen. Ich hab aber kein Problem. Wieso soll ich zur Therapie gehen? Jeder hat mal einen schlechten Tag, oder nicht? Du doch auch. Schicke ich dich deswegen direkt zur Therapie? Nein, mach ich nicht. Ach, nur mit dem ganz kleinen Unterschied, dass wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dass ich nicht einfach irgendwelche Leute schlage. Kasper, du kapierst es nicht, oder? Du brauchst professionelle Hilfe, ich will dir bloß helfen. Du machst dich selbst kaputt, du machst unsere Beziehung kaputt. Und du schädigst deiner unschuldigen kleinen Tochter. Was hast du da gesagt? Das sieht gefälligst meiner Tochter damals, ja? Ich würde hier niemals etwas tun, und das weißt du auch. Also wieso wirst du mir so eine Scheiße vor? Hm? Was willst du jetzt tun, hm? Willst du mich hier auf offener Straßenfabrikern, hier direkt vom Recken raus? Willst du das? Du tust doch, komm, schnitt mir in die Fresse. Richtig schön ins Gesicht, hm? Komm, mach's, trau dich. Tu's doch einfach. Das Gespräch ist noch nicht vorbei, Frau. Mann, verdammte Scheiße. Meine ganze Hoffnung, dass es irgendwann besser werden könnte, ist im Arsch, wenn Kasper nicht zur Therapie geht. Was bitte soll ich jetzt machen? Was ist das, das geht? Paco? Leonie? Ja, hi. Wo bist du? Wie kennst du dich? Mir geht's gut, sorry, dass ich die Faden weggedrückt hab. Ich bin in Kasper's Wohnung. Du hattest recht mit allem, was du sagst. Ich muss hier raus. Ich muss weg von Kasper. Wir müssen uns unbedingt eine neue Lösung für Schalinen überlegen, okay? Ja, das machen wir. Aber aufsache, uns muss hier raus. Bitte beeil dich. Okay, ich beeil dich. Alles gut, alles gut. Und Leonie, bitte, pass auf. Ich warte auf dich im Raubmunter. Ja, ich weiß, ob ich auch alles gut schacke. Ciao. Ciao. Was ist das so? Was ist denn los? Was machst du hier? Was machst du hier? Nicht im Krankenhaus. Wieso ich nicht im Krankenhaus bin, weil ich mir hier freigenommen habe, wenn wir das Gespräch weiterfilmen. Was wird das? Was? Sieht denn wohl aus, oder? Ich verlasse dich. Und jetzt für immer. Ich verlasse mich. Willst du mich verlassen? Was für ein Arsch auf? Was ist los mit dir? Fass mich nicht an, okay? Jemand wie du wird sich niemals ändern. Nicht für mich und auch nicht für sein eigenes Kind. Leonie, willst du dir jetzt alles, was wir haben, für seinen letzten Streit wegschmeißen, oder was? Wir lieben uns doch. Was ist los? Du? Ausgerechnet du sprichst von Liebe? Du hast mich geschlagen, Kaspar. Raffst du das nicht? Ich liebe dich schon lange nicht mehr im Gegenteil. Aber du, du wiederst mich an. Du ekelst mich einfach nur noch. Ich will dich nie wieder sind in meinem Leben. Und sollte dir Schirin nur irgendetwas bedeuten, solltest du deine Tochter nur ein ganz kleines bisschen lieben. Dann raffst du jetzt endlich, dass sie besser bei deiner Schwester aufgehoben ist und dass du professionelle Hilfe brauchst, okay? Denn wenn ich nicht mehr hier bin, dann hast du kein Mensch hier mehr deine Aggressionen freienlaufen lassen, okay? Dann wirst du wahrscheinlich irgendwann deine ganze Wut in deiner unschuldigen kleinen Tochter auslassen, verstehst? Nein! Hä? Lass mir völlig meine Tochter nur aus! Ich würde hier niemals irgendetwas tun und das weißt du verdammt noch mal aus! Du willst sie mir wegnehmen? Du willst mir meinen eigenen Arten wegnehmen? Ah! Hör! Hallo? Hallo? Alles okay? Was ist hier los? Was ist hier los? Vollkommenes Wissverständnis. Sie müssen mir helfen, okay? Sie müssen sofort die Polizei rufen! Sie rufen sofort die Polizei! Jetzt! Was bitte soll denn jetzt die Polizei hier? Die Polizei soll dich mitnehmen, weil du ein widerlicher Frauenschläger bist! Sie müssen mir helfen, okay? Sie müssen hier mitnehmen! Ein Zoll! Zoll! Okay! Sie sind der Nachbar, der der angerufen hat? Korrekt! Was haben Sie denn hier als Zeuge mitbekommen? Also ich hab nichts gesehen, ich hab nur was gehört. Ich kam grad nach Hause und hab Schrei gehört von beiden. Von mir? Ich hab um Hilfe geschrieben. Hä? Waren das Hilferufe? Wie gesagt, die haben sich beide überkreuzt. Sie haben beide geschrieben, würd ich sagen. Also gestritten? Gestritten, ja. Wie ist das in der Vergangenheit schon mal vorgekommen? Gestern? Vor ne Woche? Wann? Naja, um ehrlich zu sein, ich meine, ich hab ihn nur als ruhigen, lieben Kerl mitbekommen. Und meistens hat sie, wenn's laut wurde... Moment mal, jetzt soll ich auch noch schuld sein? Als lieben, netten Kerl? Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie da grad einen Frauenschläger schützen? Was ist denn, lieber netter Kerl? Das hab ich mitbekommen. Entschuldigung, aber ich muss jetzt auch was sagen. Ich hab mit der Frau Teuber Schluss gemacht und seitdem ist sie ja komplett durchgelegt. Die war bei mir auf der Arbeit. Hat Danis-Szene gemacht. Frau Teuber, ist sie mich verarschen? So, jetzt ist sie unerlaubt in meine Wohnung eingedrungen und natürlich bin ich da laut geworden. Wir haben uns gestritten. Ich hab dich doch nicht aufschlagen. Also wie kommst du da auf so was und mir versuchst vorzuhängen? So ein verlobenes Arsch. Ach wirklich. Moment mal, pass auf. Also die Sachlage gibt es nicht her, dass wir jetzt irgendwelche Maßnahmen treffen, okay? Bitte? Warte. Der kommt jetzt einfach so davon? Sie müssen nicht mitnehmen. Sie müssen nicht verhaften. Sie können ja Anzeige erstatten. Die nehmen wir gerne auf. Wenn Sie Anzeige... Okay, jetzt ist ja schon wieder nichts passiert, dass Sie die Anzeige erstattet haben. Ich hab schon mal gegen Ihnen Anzeige erstattet. Hab ich ja gerade gesagt. Das können wir heute auch wieder machen, aber ansonsten nichts. Ansonsten darf er hier bleiben. Okay? Gut. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich bewusst, was Sie da gerade tun. Der hat eine kleine Tochter. Soll der jetzt auch noch ein Kind schlagen oder was? Sie wuxi. Das ist eine falsche Anspiel nach Anna. Das ist wirklich... Wissen Sie was? Vergessen Sie es einfach. Ich mach keine Anzeige. Das bringt ja sowieso nichts, weil ja auch nichts passiert ist. Das ist auch Ihr Recht. Okay. Es tut mir leid, dass du jetzt umsonst hierher kommst. Und Leute, die Shirin schläft jetzt unten. Ich hab sie hingelegt und heute Nacht bleibt sie auf jeden Fall bei mir, dass sie in Sicherheit ist und... Aber es geht ja gut. Ja, sie schläft. Sie ist eigentlich... Ja, genau. Und morgen gebe ich dann auf jeden Fall nochmal mit ihm. Ich hoffe so sehr, dass du deinem Bruder zuverlust bekommst. Wirklich, ich hab alles versucht und ich hab mein Bestes gegeben. Dann wollen wir doch mal gucken, was diese drei miesen Ratten zu besprechen haben. Von euch lass ich mich safe nicht an der Nase herumführen. Mann, ich... Ich liebe meinen Bruder und ich kann es einfach nicht verstehen, wie er sich plötzlich so verändern kann. Alice, Alice. In deinem Bruder steckt ganz tief im Inneren bestimmt etwas Gutes. Okay, das weiß ich. Aber er ist krank. Er braucht professionelle Hilfe, damit er sich ändern kann. Und deshalb musst du ihn zu Vernunft. Ja, ja. Okay, du musst es schaffen. Okay, okay. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn umzustimmen und mit ihm zu reden. Und so lange bleibt Shirin auf jeden Fall bei mir, wenn er sich nicht im Griff hat. So ist das also. Ihr verbindet euch gegen mich. Wollen wir meine Tochter? Wo ist Shirin? Wo ist meine Tochter? Komm mir nicht zu da. Sonst werde ich ein Kontaktverbot erwirken und dann seht ihr sie nie wieder. Nein, nein, nein. Lass mich. Sie ist nicht hier. Ruhig dich jetzt. Ruhig dich jetzt. Ruhig dich jetzt. Hör auf! Ich bin der Scheiße. Spinner. Mach den Arsch auf. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wo willst du denn hin, Mann? Ich werde schon was finden. Hallo. Überraschung. Ich dachte, ich komme ein paar Tage früher aus London. Wo ist es das noch nicht? Dass Papi auf Mami steht. Das ist ein bisschen Problem im Paradies. Hoffentlich kriege ich die Kameras irgendwie versteckt, solange Kaspar noch auf der Arbeit ist. Leonie, meinst du ernsthaft? Ich komme nicht in mein eigenes Schlafzimmer rein. Er macht die Scheiß-Tür auf. Leonie, mach die Scheiß-Tür auf! Ich hab die doch hier nicht hergeholt, um dass die jetzt hier ihre Freund bumsen kann. Ich hab sie hier hergeholt, um dass wir einfach mal, keine Ahnung, dass vielleicht irgendwann, dass irgendwann vielleicht was interessiert. Dann kommt die her und nehmen wahrscheinlich die ganze Scheiße, die sie mitgenommen haben, können sie gar nicht mehr rausschmeißen aus dem Fenster. Das ist mir scheiße. Wer es mir immer wieder sagen will, kann ich mir auch wieder nicht vorstellen. Dass du ein richtiger Dulli bist, willst du sagen. Hi.